hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dax analyse von oder für freitag den dritten zweiten 2023 und unser dax ist heute richtig frontal ins gesicht gesprungen hat auch einigen doch böser kratzer zugefügt haben muss man schon so sagen seit die ganze aufwärtsstrecke die jetzt ja seit november schon eigentlich geht nicht erst seit jetzt diesem jahr beginnt heute das erste mal richtig viele schiffsbruchmeldung gekriegt allerdings noch nicht schiffsbruchmeldung im sinne von abgesoffen sondern eher hilfe was kann ich hier jetzt noch tun denn meine shorts saufen mir ab haben uns heute wirklich gebündelt mehrere leute geschrieben minus vier minus sechs minus acht minus neun einer sogar mit minus 14 aber der ist eigentlich gehört gar nicht zu uns einfach so angefragt minus 14.000 verlust was was man was soll man machen war die frage bei allen halt was wenn sie mit ihren offenen shorts noch machen und ja während unser dax hier geflogen ist das ist das ist silber gold dass das schweizer index auch sehr schwach sieht nicht alles ganz so goldig aus deswegen können wir versuchen ein bisschen zu sagen was 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 soll man denn mit offenen shorts machen also grundsätzlich darf sich jeder da eigentlich ein bisschen ins gesicht hauen selber denn wenn man schon alleine die kosten muss man ja nicht mal im premium dienst gebucht haben muss man auch nicht bei uns ein seminar gehabt haben die morgen analyse von gestern hat clip und klar gesagt was hat sie gesagt sie hat gesagt das sieht ein bisschen dürftig aus er kann zurück aber er muss dafür auch eine 220 nach unten umlegen wir haben gesagt bleibt über 250 und arbeitet sich oberhalb von 250 einfach nach oben dann kann er locker 3 50 und auch 4 45 erreichen das war die morgen analyse von gestern da stellt sich nun die frage warum man denn dann überhaupt oberhalb von 250 noch short position hält und die frage die muss einfach ein jeder für sich selber beantworten warum stelle ich mich gegen den aktiven trend da gibt es sicher 1000 ausreden die man finden kann und das ist auch gängige praxis dass man immer die schuld an einer stelle sucht an der sie meist gar nicht liegt das habe ich früher auch sehr 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 gerne sehr 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 oft so gemacht aber das eigentliche problem ist dass man verluste nicht absägt obwohl man erkennt dass das hier nicht nach plan läuft und und freunde da müsst ihr selber was dran ändern da bringt es auch nix wenn man dann einfach den analysten wechselt also ich meine das kann man machen das kann man probieren vielleicht hilft dem ein oder anderen ja mal umzudenken aber fakt ist da muss jeder sich selber mal in den arsch treten und muss anfangen was zu ändern sonst sitzt man in zwei drei tagen oder wochen oder monaten wieder in ähnlichen situationen aus einer anderen ausgangslage dann hat man sich dort von nachrichten leiten lassen oder von einem kumpel der was gesagt hat oder von einem donald trump oder keine ahnung unserem kanzler das ist dann völlig völlig egal was die ausgangslage ist wenn ich nicht in der lage bin meine verluste richtig zu managen wird mir das immer wieder auf die füße fallen und immer wieder geld kosten und deswegen sollte man versuchen verluste zu begrenzen und dafür kann man eben eine solche analyse wie die die wir hier machen eben auch nutzen nicht weil wir immer richtig liegen aber weil wir doch öfters auch mal recht haben als wir nicht recht haben und wenn ich schon das alleine nutze für mich um zu sagen okay wenn über 250 wenn neues hoch dann eben ich nicht mal weiter short sondern probiere vielleicht nicht auf der long das haben wir glaube ich wörtlich auch gestern so gesagt dass wir hier auf der long seite die chancen suchen sollten wenn der o über 250 bleibt dann dann muss man sich selber fragen warum handelt man denn so instinktiv warum handelt man denn wie all die ganzen anderen anfänger auch warum handelt man denn wie die von denen man weiß dass 80 prozent davon nur an der bürse verlieren warum handelt man so wie die warum macht man das warum macht man das wenn man es vielleicht sogar schon ein jahr lang so macht warum macht man das wenn man vielleicht schon drei jahre so handelt warum macht man das wenn man vielleicht schon zehn jahre so handelt noch weiter also da muss ich auf jeden fall bei denen die das machen was ändern im verlustmanagement im risikomanagement anders funktioniert das nicht leute da kann ich auch mit einer analyse nichts machen da kann ich auch nicht das bringt nichts wenn ihr nicht in der lage seid verluste oder positionen die nicht nach plan laufen im minus zu beenden wertet ihr nicht erfolgreich werden das wird immer wieder darauf hinauslaufen dass ihr zu dem teil gehört die dann von sich sagen können sie verdienen an der bürse keine kohle das ist doch alles nur scharlatanerei und funktioniert nicht naja klar wenn ich nur so handelt wie die ganzen anderen opfer die es ja an der bürse sind denn es müssen 80 prozent geopfert werden damit die 20 prozent die eh schon genug haben noch mehr kriegen so wenn ich auf der einen seite mich genauso verhalte wie die brauche ich mich a nicht wundern dass das ergebnis genauso ist wie die aber b kann ich auch nicht erwarten dass ich dann besser werde wie die wenn ich mich genauso verhalte also muss man etwas anders machen und das stichwort ist hier mit dem markt handel und damit kann man schon mal relativ viel anfangen und dann kann man definitiv in bestimmten situationen short suchen wir haben zum beispiel auch zum beispiel selber im dienst fast drin stehen gehabt haben gesagt die erste rote stunden kerze können wir zum beispiel abwarten da kamen plötzlich dann auch drei vier rote stunden kerzen hinzu wäre ich aber gleich früh direkt schon short rein wäre mir der short gar nicht angelaufen wäre wäre short gegangen nach der ersten roten stunden kerze die kam also 1 stunden kerze die erste rote 1 stunden kerze wir können sie mal kurz rein zaubern wäre ich nach der ersten roten 1 stunden kerze rein wäre mir mein trade keine zehn punkte ins minus gelaufen wenn ich einfach nur ein kleines kleines signal abgewartet hätte und daran scheitern schon viele aber das ist trading technik das ist setup das ist können das ist das ist das ist handwerk das muss ein jeder der versuch technisch zu traden eigentlich grundsätzlich beherrschen das ist das abc das ist das was man in der grundschule lernt ja wer das nicht beherrscht und nicht kann sollte in sich gehen und überprüfen ob man nicht vielleicht gegebenenfalls bevor man überhaupt videos oder anderes macht schaut da noch mal ansetzt das ist wichtig das ist wichtig und da sollte man solche tage eben auch nutzen die einen stöhnen immer in seitwärts phasen und schimpfen die anderen kriegen dann im trend ihre breitseite ich muss beherrschen egal welche marktphase kommt egal was der markt macht selbst wenn der marktmog 1800 punkte an einem tag steigt darf es nicht sein dass ich mich komplett vertüdle und verballere und mein ganzes depotionäre punkt das ist so das kann man lernen das kann man beherrschen da kann man ein seminar besuchen bei uns bei jemanden anders man kann sich das anlesen man kann trainieren üben man kann viele sachen machen aber auf keinen fall sollte man das weitermachen wenn man damit bisher keinen erfolg gehabt hat das ist klassklar ist total eindeutig logisch ohne ende aber viele machen es trotzdem einfach nicht so punkt dreht der ende haben genug geprappelt wie geht es weiter und der dax hat wenn wir uns die gar nicht mehr mal ein bisschen aus dem nähkästen plaudern unsere premium-updates angucken die 45 erreicht die hat man noch im visier als er hier runter gedreht war von unserer 445 da ist auf die 350 auf die 350 da haben wir gesagt wenn jetzt noch eine grüne stundenkerze kommt kann er hoch bis 5 10 und 45 oder erst mal 480 490 hat man gesagt dann sollte noch mal runter auf 400 410 das hat er auch gemacht dort hat man gesagt kann er weiter bis 450 oder bis 45 das hat er dann auch getan also technisch sehr schön gelaufen macht auch so macht mir das auch richtig wieder spaß überhaupt auch mal update zu schreiben oder generell mark zu kommentieren viel viel mehr spaß wie in diesem rumgeheirung wo ich jeden tag die ganzen gleichen zahlen und du brauchst eigentlich oben und unten keinen trigger weil es funktioniert ähnlich so schiebt einfach nur an der seite zur range zur seite so hat man schönen verlauf hat er gut gemacht fakt ist hier sollte er zum schluss die 490 nicht mehr unterbieten das hat aber getan und das hat er jetzt auch nachbürstlich noch getan und liegt jetzt wenn ich jetzt gucke wo stehen wir steht jetzt bei 430 jetzt haben wir 22.30 zahlen von amazon apple und google sind durch wir stehen bei 430 das heißt wir stehen hier schon guten meter drunter wir hatten im letzten update geschrieben wenn er 490 unterbietet das hat er ja getan wird es sich ziele bei 400 aktivieren und eben dann auch wenn die 400 bricht 315 300 das wäre jetzt anlauf station nummer eins die zweite ist die 220 bis 200 überschuss potenzial für den 315 bereich ist die 270 ja so dass wir sagen können station 1 für rückläufe am freitag wenn er denn runter kommen will ist die 400 station 2 ist der bereich um 315 bis im weitesten 270 und station 3 ist die 220 wie gehen wir mit diesen stationen um sehen wir dass der markt auf die erste station bei 400 aufläuft und er dreht dort hoch es ist eine lange chance weil er wieder zurück kann er kann von 400 im aufdrehen direkt wieder auf 550 hoch er kann direkt wieder höher eigentlich er kann weiter weiter im trendlauf richtung 760 und noch mehr eine erste ja doch lassen wir so stehen das vollkommen legitim ja bricht er uns aber gerade durch die 400 einfach nach unten durch ignoriert die komplett würde ich eher damit brechen dass er unter die 350 einmal drunter macht und so im bereich um 315 eben austestet 320 315 310 300 auch wie so in die zone reinläuft dort dann das gleiche spiel wie bei 400 drehte uns dort auf ist das eine lange chance kann man noch probieren sollte das dann aber darunter absichern denn bricht er auch den bereich nach unten läuft tiefer hat er weiteres rücklauf potenzial bis gut und gerne 220 das sind die stationen auf der unterseite dreht er sich dann drunter oder dreht er sich hoch erzielt weitere hochs oder kommt beispielsweise sogar per aufwärtsgep rein wenn jetzt beispielsweise der asiatische handel sagt auch geil amazon google apple gerade günstig kauf ich mal noch schnell und hier kommt alles jetzt mit positive gesamtbank stimmung am morgen wieder rein und wir eröffnen gleich über 55 lasst den rennen lasst den rennen lasst den 600 reingehen lasst den 670 reingehen lasst den 750 reingehen lasst ihn das machen stellt euch nicht dagegen geht vielleicht mit holt euch dann noch ein paar punkte rein ja aber versucht bitte mit dem markt sagen das bedeutet eben aber auch dass wenn wir hier schwäche zeigen zum freitag man sich so einen rücklauf auch aneignen muss nicht dann 20 long versuch machen man kann vielleicht diese drei zonen wenn sie denn aufdrehen long probieren man kann aber auch wenn die support zonen brechen und die erholung abgewürgt werden short probieren dass man dann eben auf die wehrlänge ziele reingeht und eben nicht da steht wenn er dann bei 200 ist und man sagen kann okay ich habe jetzt hier zehn mal long verballert und alle sind im stop loss gelandet das sollte auch nicht der fall sein mit der bewegung versuchen zu traden ja das heißt ein rücklauf kann ich nutzen a in dem moment wo er wieder auftritt als long schanzung in die trendfortsetzung rein oder b wenn er weg bricht und der markt macht drunter erwirkt die erholung und kann in die trendfortsetzung weiter ja aber das ist wirklich war das ist das handwerk das muss man beherrschen wenn man mit echtem geld handelt sonst sollte man nicht mit echten geld an der börse handeln wenn man sowas solche elementaren grundsätze nicht beherrscht und kann ja wichtig 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 ich würde sagen kommt zum alle zum seminar aber wir haben kaum noch plätze frei von daher nehmt einfach so hin probiert was zu ändern und fertig ja dann mache ich hier zu rücklauf bereiche sind klar nächste ziele sind klar noch mal 600 670 750 um die großen erst mal zu nennen und unten die bereiche auch sehr eindeutig 400 315 270 und die 200 ja dann mache ich hier video zu wünsche euch viel erfolg und bitte in euch gehen ja also wer hier probleme hatte versucht euch zu helfen sucht euch hilfe wie auch immer aber nicht zu weitermachen das ist absolut die geldverschwendung schade um die kohle ja ich wünsche euch was macht's gut ciao 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 ciao